Ja, weiter geht es mit Let's Play Diablo Hellfire. Wir stehen hier immer noch in dem Nest Level 4. Wir haben das letzte Mal den Defiler, ich nenne das Viech jetzt einfach mal so, gekillt. Also das Ding, was uns die ganze Zeit hier zugesprochen hat, während wir hier hinabgestiegen sind. Wir haben die Defiler Quest nicht mehr. Ich glaube, die hieß so, ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Und, also wir haben noch diesen Anvil of Fury für Griswold, glaube ich. Die Quest ist aber aus dem Hauptspiel, das heißt, wir müssten dann in Level 9, meine ich, wieder hinuntersteigen und dort weitermachen. Aber bevor wir das machen, werde ich noch, ihr seht schon, wir waren noch nicht überall, hier unten waren wir noch nicht drin. Nochmal ein bisschen die Ausbrut der Hölle, wobei ich weiß nicht, ob die aus der Hölle kommen oder ob das einfach nur riesige mutierte Insekten sind. Und, das, ähm, aha, die haben uns das letzte Mal schon so genervt, vielleicht erinnert ihr euch, die sind ziemlich nervig, als Nahkämpfer zu erwischen. Guck mal, die, die, die schlurfen hier weg und dann haut man und dann sind die wieder zwei Kilometer hervor einem. Nein! Ach Gott, das ist doch nicht möglich. Mann, Horst, du bist, ah. So, zack. Wir haben keine Halttränke mehr. Ja, das ist besser, wir gehen wieder in die Stadt, aber nicht hier. Horst, halte durch. Nicht treffen. Natürlich lässt du dich treffen. Ach, wo ist der Aufstieg? Da vorne. Ich muss einmal ins sichere... Nein, das ist keine Sackgasse, aber das sieht so aus wie eine Sackgasse. Das ist manchmal total komisch hier. So, warte mal, hier geht's hoch, ne? Jawohl! Hier ist es wieder schwarz. So. Dann wollen wir mal in die Stadt unseren Krempel verkaufen. Wir könnten nochmal... Ach, wir haben so... Was ist das denn hier? Cathedral Map? Was ist das denn? Das kenne ich gar nicht. Put me here. Warte mal, es ist doch vor der Kathedrale. Hier ist das Dorf, hier ist Tristram, hier sind diese... Also hier ist Adria, die Hexe, und hier ist der Farmer. Und vor der Kathedrale ist hier ein großes... Ähm... Ein großer Grabstein. Das schauen wir uns gleich mal an. Aber erstmal... Das sind so Standard-Sachen, die können wir verkaufen, ohne zu identifizieren. Ähm... Wow, was kann ich für dich tun? Die Brustplatte bitte einmal verkaufen und die Klinge. Sehr schön. Dann repariere uns bitte noch alles. So ein Repair All Button wäre auch nice gewesen, aber... So weit war man damals noch nicht, denke ich. Ach, daneben geklickt. So. Dabei habe ich noch nichts getrunken. So. Ähm... Bevor wir das machen, räume ich mal eben kurz die Leiste hier unten auf. Ach ne, wir haben was zum Identifizieren. Ne, das haben... Doch, muss noch identifiziert werden. Und die Ringe, natürlich. Wie konnte ich das vergessen? Aber wenn wir jetzt schon mal hier sind, dann fülle ich eben meine Leiste auf. Ist mir eigentlich aufgefallen, dass wir so eine Map gefunden haben. So, ich kaufe natürlich wieder ein paar mehr. Für den extra Kick. So. Und dann lassen wir eben die Sachen identifizieren. Oh, 26 Stärke. Das ist cool. Ein Stäbchen. Mit minus 6 Twitch-Chance und minus 59 Damage. Clumsy Stuff auf Surge. Das ist komisch. Ähm... Und hier haben wir eine Magieresistenz von 46%. Die könnte man natürlich bei den Viechern unten gerade mehr als gebrauchen. Ähm... Was habe ich denn für ein Amulett? Ein Damage von... Ähm... Von Energy. Mein Gott. Äh... Von Enemies. Ansonsten, äh... Lightning Resistenz. Brauchen wir, glaube ich, gerade nicht, oder? Oder zählt Lightning nicht? Auch zur Magic Resistenz eigentlich. 20% Lichtradius. Ist toll. Aber ich glaube, der eigentliche Punkt ist die plus 5 Magic. Wenn wir jetzt... Das interessiert mich jetzt. Nein. Magic ist ein eigener Punkt. Wenn ich jetzt wüsste, was die für einen Schaden machen. Ich werde es... Ich werde es verkaufen. Äh... Für das Gold. Sell Items. Äh... Erstmal das Amulett. Das Amulett der Titanen. Ach, den Stab müssen wir bei Adria verkaufen. Das mache ich eben schnell. So. Ich kann mir schon fast vorstellen, was mit der Map passiert. Die führt uns... Weil wir jetzt 4 Abschnitte im Nest gemacht haben. Das ist wie im Hauptspiel. Nach 4 Abschnitten kommt das nächste... Ähm... Setting. Und ich denke mal, so wird das hier sein. So. Den clumsy Stuff. Natürlich gibt es nur ein Gold, weil das so ein Negativ-Item ist. Sag ich jetzt mal. So. Wir laufen wie so ein... Alkoholiker hier durch die Gegend. So. Dann wollen wir nochmal... Ich will da jetzt nicht, ähm... Groß weitermachen. Aber ich will eben die Map... Einlösen. So. Hier irgendwo soll das sein. Hm. Ist das hier? Dies große Grab. Aber da ist ja eigentlich so ein, ähm... So ein großer Grabstein gewesen. In Form eines Kreuzes. Ich weiß auch nicht, was man hier machen muss. Wenn ich ehrlich bin. Gucken wir uns die nochmal an. Das sieht doch komplett anders aus. Ach, put me here. Also leg mich da ab. Ich versuche es einfach mal hier mit dem großen... Gra... Äh... Wie gehst du denn? Mit dem großen Grab. Ha! Down to the Crypt. Ich will mir das mal angucken. Sollten wir eigentlich hier sein? This is a place of great power. Ein Ort von großer Macht. Da geht es auch direkt zwei... Äh... Direkt zwei. Direkt weiter in Level 2. Ich glaube, hier sollte man noch nicht sein. Ich gehe mal hier wieder raus. So, aber wir haben wenigstens schon mal den Eingang geöffnet. Das ist cool. Ich würde sagen, wir clearen noch das Nest. Ähm... Wir brauchen noch 4000... Äh, Quatsch. 40.000... Ja, 35.000, 40.000 Erfahrungspunkte. Ich habe jetzt überflogen. Falls ich falsch gerechnet haben sollte, verzeiht mir bitte. Ähm... Town Portal. So. Das will ich noch aufräumen hier. Bevor wir weitergehen. Weil Erfahrungspunkte können ja nicht schaden. Je weiter wir im Level sind. Vor allem, wenn wir den Endbossen dann gegenüberstehen. Und wir haben vielleicht ein, zwei Level mehr. Auf der Uhr. Ähm... Denke ich mal, kann uns das... Ähm... Ja, nur zum Vorteil sein. Ach, wir hatten dich doch fast. Nein. Ach Gott. Horst. Das ist blöd. Mit dem braucht man auch nicht mit Shift ankommen, weil die sofort weg eiern. Die machen auch so Pentagramme beim Zaubern auf dem Boden. Das sieht ziemlich witzig aus. Aber das tut weh. So, jetzt sind nur noch die da. Ne, ein... Ah. Ein von denen noch. Na komm. So Tentakelvieh. So. Ein Broad Sword. Oh. Ich glaub, in... Was ist denn? In dieser oder in der letzten Folge, hab ich mich noch gewundert, ähm... Dass wir noch einen weißen Helm anhaben. Aber jetzt... Aber jetzt... Ähm... Haben wir... Erstmal einen gespeicherten Spielstand. Äh, jetzt haben wir einen Skullcap... Ah, nur mit vier. Das Ding hat fünf. Okay, so viel Unterschied ist das jetzt nicht. Aber ein magisches. Und da hoffe ich ja mal das Beste... Dass wir irgendwas Tolles bekommen, so... Ja, und... Ah, nicht sowas. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Horst, Horst, Horst. Worauf hast du dich hier eingelassen? Das stand so nicht im Vertrag, als du hier hinabgestiegen bist. Die tun weh. Die sind zwar relativ schnell kaputt. Nein, wir machen erst die hier. Aber die tun so weh. Aber nach einem Schlag sind die, wie gesagt, kaputt. Das gleicht sich so ein bisschen aus. Und wenn wir sie denn mal bekommen sollten... Ach, die gehen immer... Das Problem ist, die gehen immer weiter. Man folgt denen. Und läuft dann in Gebiete, die man vorher noch nicht erkundet hat. Und zieht dann noch mehr Gegner an. Und das ist so die Krux an der ganzen Geschichte. Ich weiß also später in der Hölle... Ähm... Ist ja kein großes Geheimnis. Dass da so richtig fiese Fernkämpfer kommen. Und da habe ich überhaupt keine Ahnung, wie wir denen gegenüber treten sollen. Aber ich denke, das war es mit dem Nest. Hier waren wir nämlich schon überall. Wir haben das Nest erkundet. Ich fand es noch ein bisschen schade, dass dieser Obermods hier... Wo liegt der? Warte mal, der hätte doch so gelbe Pixel um sich rum. Ähm... Dass der Obermacker hier nichts hat fallen lassen, was von Wert ist. Da ist er. Also die Leiche. Aber hier ist nichts gedroppt. Guckt euch das mal an. Das ist... Ich meine, das ist der Boss hier von dem Nest. Und das Ding droppt einfach nichts. Oder haben wir eine Truhe übersehen? Ich gehe jetzt nochmal die obere Wand abklappern. Ihr seht auch, wir haben keinen Abstieg mehr. Das heißt, das Nest... Ach, da ist eine Chest. Das heißt, das Nest ist hier zu Ende. Okay. Ne. Ich glaube nicht, dass hier noch irgendwas ist. Hier hinter vielleicht noch, aber... Ne. Ich glaube, das war es. Ist ein bisschen schade, weil wir keine große Belohnung bekommen haben. Dafür, dass wir jetzt hier das Übel... Oder das Nest... Leergeräumt haben. Ich gehe mal auf den herkömmlichen Weg hoch. Was mir aber aufgefallen ist, es gibt hier keine Schreine scheinbar. Zumindest ist mir hier keins aufgefallen. Oder kein Schrein aufgefallen. In dem Hellfire-Gebiet. Vielleicht sieht das in der Crypt da ja anders aus. Ich weiß nicht, wann man die machen sollte. Vielleicht, wenn... Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ab wann man dort hinab sollte. Ich habe halt nur gehört, dass man dieses Nest sehr gut... Da hat doch gerade irgendwas... Das war der Abstieg. Sehr gut zwischendurch machen kann, bevor man von Level 8 in Level 9 geht. Oder Level 9, Level 10. Ich weiß es gerade nicht. Achso. Ich dachte, das war was zum Looten. Es war nur ein Ei. Das wir jetzt zermatscht haben. Und ich weiß auch gar nicht, ob wir jetzt großartig ein Level abgemacht haben. Ich kann mich nicht daran erinnern. Weil auch einige Pausen hier zwischen waren, die natürlich... Ich verschuldet habe. Okay, jetzt sind wir wieder draußen. Sehr cool. Können wir mit dem Farmer nochmal sprechen? Hat der ein Dankesspruch auf den Lippen oder sowas? Vielleicht droppt der ja ein Item. Wo ist der? Ja. Ich bin aber nur ein poor Farmer. Aber hier. Nehmt das mit meinen großen Danken. Juhu. Dankeschön. Ein Auric-Amulett. Aber es ist weiß. Was tut es also? Oh. Doubles Gold Capacity. Muss man das... Ich kann das hier nicht kasten. Hm. Ich weiß nicht, wofür das ist. Na, egal. Muss ich mich mal offscreen ein bisschen mit befassen. Ähm. Wir haben auf jeden Fall eine Belohnung bekommen im Nachhinein. Ich renne schon wieder falsch. Ich muss noch einmal in den Stadt... Stadt ist ja... Ne. Also im Dorfkern. Ähm. Haben wir irgendwas zu identifizieren? Ah ja. Unser Käppchen. Gibt uns Hitpoints. Ich glaube, die nehme ich mit. 35 Hitpoints. Ähm. Das ist schon ziemlich viel. Also, ne. Wenn man das mit unserem Maximalleben vergleicht. Damals gab es noch keine Millionen von Hitpoints. Da hat man sich mit 200 Hitpoints, äh, zufrieden gegeben. Ich weiß nicht, wann die Zahlen so explodiert sind. Ähm. So. Ich ziehe lieber den an. Der sieht zwar schick aus, aber man sieht das eh nicht in der Darstellung. Man hat ja nur ein paar Muster. Ähm. Wir verzichten mal auf den 1-Armor-Dingsi. Und, äh, nehmen die 35 Trefferpunkte mit. Damit haben wir 213 maximal. Wow. Damit sollten wir einen kleinen Puffer haben, hoffe ich. So, jetzt verkaufen wir den ganzen Schund. Unseren alten Helm. Den reparieren wir auch gar nicht mehr. Warum da noch Geld reinstecken? Diesen Flame Dart. Ich will den eigentlich nicht verkaufen, weil es ein gelbes Item ist. Was eigentlich total dumm ist, den zu behalten. So. Okay. Hast du irgendwas? Nee. Du hast auch nichts, ne? Ach, warte. Dann können wir uns hier wieder auffüllen. Bevor wir wieder aufbrechen. Wir werden nicht in die Krypta gehen, denke ich. Sondern. Ähm. Den Pfad des Hauptspieles weiter folgen. Erstmal. Ja, die Krypta sieht schon sehr gefährlich aus. Mit den ganzen Lava-Schmieden-Zeug. Ja. Aber hilft ja nichts. Irgendwann müssen wir da hinabsteigen. Mit wie vielen Toden das verbunden sein wird, weiß ich nicht. So, wir speichern hier einmal. Und steigen hinab in die Caves. So. Ah, hier sind auch viele Fernkämpfer, ne? Das hasse ich ja so an dem Spiel. Muss ich ganz ehrlich sagen. Warum kann das Spiel nicht aus Nahkämpfern bestehen? Oder warum hat der Nahkämpfer... Naja, es ist ja noch nicht so hart getrennt von... Also wir können ja Bögen benutzen bis zum gewissen Grad. Wie uns, äh... Wie es die Geschicklichkeit zulässt. Aber... Es ist doch eher mühselig. Deswegen immer noch die Bitte, falls ihr irgendwie einen Tipp habt, immer her damit. Also mach ich mal Türchen auf für euch. So, einer nach dem anderen, bitteschön. Nummer ziehen nicht vergessen. Ah, Nummer zwei bitte. So, Nummer drei. So, weiter kann ich nicht zählen. Okay. Das Trüchen hatte nichts... Ah, da geht's doch schon wieder los. Aber das sind zum Glück diese Dinger hier. Diese Giftbrühen-Spucker. Ob das eigentlich im Hintergrund, also von den Werten her, äh, dieselben Gegner sind, wie diese, ähm... Diese großen Ameisen-Käfer-Dinger, die auch diese Giftteile gespuckt haben und mit so einer Lava-Fütze, mit so einer Giftfütze explodiert sind. Vielleicht sind das hier dieselben Gegner, nur mit einem... Oh, da ist ein Buch. Nur mit einem anderen Skin, einem anderen Asset. So, was ist das für ein Buch? Fungeltome. Ah. Ein, ähm, Pilzbuch? Ich weiß nicht. Aber wir haben auch schon den schwarzen Pilz gesehen. Und... Ich glaube, das fängt damit... Zusammen. Hier ist nichts drin, natürlich nicht. Warum... Sollte das Spiel uns auch betonen. Und so, hier geht es wieder ein bisschen härter mit der Musik zu. Also auch düsterer. Also ich fand die Musik in dem Nest ja ein bisschen... Komisch. Überhaupt nicht bedrohlich. Einfach nur komisch. Aber diese Soundkulisse ist sehr bedrohlich hier. Hier war doch gerade irgendwas. Eine Chest. Wo war denn das jetzt? Oh, das war eine Falle, oder? Hier ist doch eine Brücke. So. Hoffentlich kommen nicht diese Bogenschützen. Auf die habe ich nämlich jetzt überhaupt keine Lust. Aha. Oh nein. Ach, shit. Ach, das ist doch kacke. Warum immer so viele? Ja, stöhnen noch nicht im Hintergrund. Ich laufe ja schon weg, wenn ich laufen würde. Boah. Warum müssen das immer so viele sein? Ha. Ausgetrickst. Kommt her. Ichi, klitschi, klatschi. Wenn jemand weiß, woher das ist, kann er das auch gerne in die Kommentare schreiben. So. Die nächsten. Ah ja. So ein kleiner Spuck, Heini. Aber das Nest hat wesentlich mehr Gold gegeben. Oh. Die hängen fest. Ha, die sind hängen geblieben. Ja, okay. Das sind ebenbürtige Gegner. So. Ähm. Ah. Ich wollte jetzt eigentlich überlegen, ob ich einen Trank nehme. Und dann kommen die doch tatsächlich um die Ecke gehuscht. Was ist das? Habe ich nicht verkauft? Oh, Level up. Jawohl. Haben wir uns einen Haltrank gespart? Ja, ich weiß. Hier ist ein Champion. Aber gut, dass er jetzt da ist. Du lässt doch bestimmt irgendwas cooles fallen, ne? I can't carry anymore. Hä. Warhammer. Hä. So. Ah, wohin mit dem Gold? Aber wenigstens ist das noch realistisch, dass das Gold Platz, äh, braucht. Oh. Das ist ein Zweihänder. Oder? Oder? Ja, es müssten Zweihänder sein. Äh. Wohin mit dem ganzen Quatsch? Longsword. Warte mal. Bevor wir da weitergehen, lasst uns mal die Punkte in Stärke stecken. Das ist nämlich alles ein bisschen zu kurz gekommen. Äh, speichern. Wir müssten auf jeden Fall wieder Items mit Two-Hit-Chance finden, weil ich merke schon, wie wir nicht mehr so gut treffen. So, jetzt ist es doch Humana hier. So, komm. Kommt ihr Fifis. Na, findest du die Tür nicht? Und kriegst du auch die Tür nicht zu. So. Okay, sehr schön. Den Pull kamen wir hinter uns gelassen. Ja. Das soll's, auch wenn ich mal auf die Zeit gucke, für diese Folge gewesen sein. Ich stelle mich mal hier in die Schmoll-Ecke. Und, äh, bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt, Let's Play Diablo Hellfire. Also, bis dann.